Jetzt kommt unser vierter Teil. Wir haben am Ende vom dritten Teil einen Dorothee-Step mit dem linken Fuss gemacht. Step, Lock, Step. Der rechte Fuss ist frei. Wir machen zwei halbe Drehungen. Rechts vorne, eine halbe Drehung. Rechts vorne, eine halbe Drehung. Und wir sind wieder zurück auf drei Uhr. Der rechte Fuss ist frei. Wir machen einen Schritt nach vorne. Out-diagonal, einen Schritt nach vorne. Out-diagonal, zuerst mit der rechten, nachher mit der linken. Nachher machen wir einen Schritt hinterher und nochmal einen Schritt hinterher. Zuerst rechts, nachher links und zum Schluss noch ein Touch mit dem rechten Fuss.